Herzlich willkommen in Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Weibliche, erotische Körperlichkeit zelebriert mit einem schimmernden, flirrenden Glanz der Hautoberfläche, zeigt uns Gustav Klimt diese Frau in ihrer ganzen weiblichen Präsenz und Eleganz. Ganz besonders betont er die Linienführung dieser weiten Breite ihrer Körperlichkeit und führt uns in das Thema, das sein ganzes Lebenswerk prägen wird, tief hinein. Da steht nun diese Frau in einem Werk, das für uns kunsthistorisch heute ganz besonders interessant ist, inmitten einer Szenerie, unvollendete ornamental angedeutete Blumen und um diese exotische Erotik der dargestellten Körperlichkeit in ihrem Schimmer und in ihrem Flirr noch zu betonen, ein Leopardenfell, das ebenfalls sezessionistisch ornamental aufgelöst und angedeutet scheint. Und dann die Hand lediglich mit einer zarten Unterzeichnung auf die Grundierung direkt draufgesetzt, ohne dass Farbe zu sehen ist. Ein Bild aus der Spätphase des Wirkens Gustav Klimts, das unvollendet ist. Das Thema an und für sich ist schon faszinierend und spannend. Ein nackter Frauenkörper, uns frontal entgegengestellt mit diesem bleichen, blassen Inkarnat, also der Hautoberfläche, die so pseudo-impräsionistisch schillernd gezeigt wird, Das alles entspricht so ganz und gar dem Bild, das wir heute von Gustav Klimt haben. Nämlich jener Künstler, der nicht nur die Wiener Sezession als er erster Präsident verantwortet und mitbegründet hat mit anderen jungen Künstlern, sondern ein Künstler, der so viele Tabubrüche im Laufe seines Lebenswerkes vom Zaun gebrochen hat und immer wieder bürgerliche Konvention infrage gestellt hat. Das Darstellen von nackten, realen Körpern ist im auslaufenden 19. Jahrhundert definitiv ein Problem. Ein Tabubruch, nicht erlaubt, ein Fall fürs Gericht. Gustav Klimt tut es doch immer wieder aufs Neue und doch ist dieses Bild unbedenklich. Ganz bewusst stellt Klimt hinter diese, in ihrer ganzen Schönheit, mit diesen geschrägten Katzenaugen und dem kornblonden Haar, ungewöhnlich in seinem Oeuvre, hat er doch eine Vorliebe für dunkelhaarige und rothaarige Frauen, so stellt er hinter diese von Weiblichkeit getragene Frauenfigur einen Mann, den er nur andeutet. Der männliche Körper interessiert Klimt definitiv nicht und es gibt wenige Beispiele in seinem Schaffen, in denen er nicht umhinkommt, auch den männlichen Körper zu zeigen und darzustellen. Es ist die Geschichte, die Erzählung, nämlich Adam und Eva, die das Bild juridisch betrachtet unbedenklich macht. Dass es kunsthistorisch so interessant und faszinierend ist, das ist der Umstand des Unvollendetseins. Am 6. Februar 1918 verstirbt Gustav Klimt, just in jenem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg sein Ende finden wird, an den Folgen eines schweren Schlaganfalls, den er in seiner Wohnung in der Westbahnstraße erlitten hat. Er wird in einem Privatsanatorium betreut. Dann kommt er ins allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien und stirbt letztendlich an den Folgen einer grippalen Lungenentzündung. Was er hinterlässt, ist ein unglaublich breites Oeuvre. Die österreichische Galerie Belvedere verwaltet heute einen riesengroßen Schatz, nämlich die weltgrößte Sammlung an Öl auf Leinwandbildern. Und just die unvollendeten Werke gehören zu den interessantesten, spannendsten und lohnendsten. Sie geben uns tiefe Einblicke über das Wirken und Schaffen Gustav Klimts. Obwohl der Erste Weltkrieg tobt, bleibt er seinem eleganten, sezessionistischen Stil treu und wird damit die Wiener Bourgeoisie, das Großbürgertum, bedienen. Genießen Sie die Schönheit dieser nackten weiblichen Körperlichkeit in ihrer ganzen Breite und Fülle. Als unvollendetes Werk blicken wir hinein in die Unterzeichnung, in das Wirken und Schaffen. Setzen Sie sich der Aura dieses Bildes aus. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.